Ich möchte die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die trussreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein in dieser Morgenstunde, wie auch immer und zu allen Zeiten. Amen. Ich möchte jeder einen hartlich willkommen halten, was hier gekommen ist. Ich würde sagen, zu diesem Sendagmorgen Gottesdienst, wo wir da und denken, an Pfingsten, wo der Heilige Geist zu gehen wird, aber auch, wie besonders ist das von dir und besonders dank für uns, dass wir das Toffeste hier haben, für das, was hier gekommen sind, sich angegibt haben, zu der Klasse gekommen sind und dass sie ihren Vernehmen haben, sich deuten zu lassen, ob das Bekannt ist, dass sie Jesus als Ehrenheiland haben und ob das Bekannt ist, dass sie von dir oder wieder wollen, von dem Herrn leben. So, ich möchte jeder einen willkommen halten und ich möchte alle Gottesinnen sehr erfahren, durch diesen Wort. Ich möchte uns hier nicht lesen, zu den Tags, wo ich hier heute eure Beaufhörer der Toffeste übergekommen und dort finden wir abgeschrieben in Matthäus 28, der Versch 18, Bad 20. Dass Jesus mit seinen Befehl wurde durch jeden, der seine Jünger, denke ich, wie kann es sein, der letzte Befehl, der eine Bestrahlung wurde heute durch seine Jünger. Da sah ich dort Matthäus 28, Versch 18, Bad 20, Matthew 28, 18-20. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und siehe, ich bin bei euch in Matthäus 28, 18-20. Und Jesus kam und sprach unto sie, Und siehe, all power ist gegeben unto me in heaven und in earth. Go ye, therefore, und teach all nations, baptizing them in the name of the Father, und of the Son, und of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Und lo, I am mit you, always, even unto the end of the world. Das ist so weit, das leise Gottes Wort. Wollen wir noch zu beten? Uns, gläuze Gott, und lebe Himmel, schaaf oder wir kommen an die in diesem Morgenstunde. Und wir wollen die Loben und Preisen danken für die gläuze Leib, die du an uns bewezen hast, die du an der Welt bewezen hast, die du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass alle Menschen, die du an alle Arbeiten bist, und alle Menschen, die gelandet haben, durch die zu kommen, dass der Heil, was Jesus so im Kreuz aufgagert hat, vor dich merkend hat, dort im Glauben anzunehmen, sich tot zu ihnen, und dass sie können, dort durch das Eifige Leben haben, und dann, wenn das Leben erschwerst ist, dass sie können, dort bei dieser Eifeligkeit, wo die Freude, die Fälle, und lebliches Wesen sein wird, immer und ewig. Vorher, wir danken dir für diesen Tag, danken dir für die Taufe, die du angesagt hast, dass wir hier das Zeugnis geben können, dort, dass wir wirklich dir an die Hände dauernd glauben, und dass wir wirklich das Versprechen haben, wie wir für die leben wollen. Vorher, wir beten, für die Hilfe, die Bestand von dir aus Mariens, besonders für diese, die zu der Taufe kommen, dass wir an uns geben, dass sie das können, mit Maut, mit Freudigkeit, und Frieden in ihrem Horten, annehmen, dass sie können wirklich dienen sehen, ja, dienen Heiligen Geist, der vorhanden in ihrem Leben, beten auch für den Diener, dass sie uns geben können, dass sie auch an die Maut, die Kraft, die Gesundheit haben, das Wort vertebringen, so als das für die gefalle ist, dass wir alle möchten, die Heeren, und vorher, ich bete für uns alle aus der Versammlung, dass sie uns geben können, dass wir reiz sind, und oben sind, das Wort zu hören, das Wort annehmen, und das an uns im Horten zu bewegen, und das zu abbeinladen, das kann froch für Eivikkeit bringen. Jofoere, wir beden, am dienen sehen, und wir beden, da zu Gäuse in Nomen. Amen. Wir sind hier, so wie ich erwähne, wir sind hier, die Taupe gekommen, von der Taupe-Helje, Taufe, die Taufe, die Taufe, oder die Inger Haulen, so man, das ist ein bisschen Zeit, besonders für die Gemeinde, und wir denken, wir haben nun an der Versammlung, die Taupe, mit diesen Kandidaten, die Taupe, die Klasse, die Taupe, die Taupe, die Taupe, die Taupe, die Taupe sind, und das kann bestätigt werden, das Zeugnis, was sie gegeben haben, und das Zeugnis, was sie gegeben haben. Ja, wir wollten das, ich habe erwähnt, wir sind von der Aufferde, wie Pingsen, Pingsen, wo wir denken, an wo die Jünger da, in Jerusalem wären, wir wären da alle Taupe, und auf einmal kamen da, und wo hat der Heilige Geist, die Taupe gekommen, die Taupe, und die Taupe, die Taupe waren, sie wären da Taupe, dass wir uns in Stoke gewinnen, und das handelte sich, bei jeder einem von ihnen ab, dass wir uns in der Vierflamm, wo wir, und wo sie dann gefüllt wurden, dürfen in der Heiligen Geist, wo an der Maut, und Kraft gewinnen da, dann auch wieder, dort zu gehen, und der Grote Pingspredigter zu haben, wo die Gereken da, zu der Grote Taufe, wo die 3000 Menschen, Menschen gedauert werden, wo die Worte beständig bleiben, im Brautbrechen, im Glauben, und im Gebet. Nu war wir kicken, ich war hier von der, von uns kicken, Entschuldigung, wir waren morgen, Maya von der Pingspredigtieren, wir planen hier, Marius und Marius, die Andachter haben, und wir laden allem dort her, so sie waren die Klacktieren, und haben die Pingspredigt haben. Wo haben wir hier, in der Ewa gingen, zu diesem Wort, wie wir uns gelesen haben, Jesus hat bestellt, zu gingen, und, und, und dort sie sollen, dort sie sind in der Welt gingen, und so, aber, er bestellt, und sie sollen warten, wann die Heilige Gäste wird kommen, wann sie würden die Kraft haben, dort wird, dort zu verkennen. Die Heilige Gäste, sie hat die Jünger die Kraft, zu predigen, und vor der Fahrt her, und sie steigt die Fahrt her, wäre sie so, so Angst, oder so leid, dass sie sich nicht werden, abgestoßen für Christen, wo war es, die Heilige Gäste kommen da, da wäre sie da, und dann da ist sie, da abgestoßen, in Predigen, und dort wird die Gäste, eine große Bewehrung, und die, die, und die Heilige Gäste, die kommen da, und das wird nicht bloß, dass die Heilige Gäste, ab der Postel kommen, und die Predigen, aber die Heilige Gäste, die wirkt, ab den Menschen, dort die ganze Versammlung, dort wirkt, dort wird die Wässer jüngt, dort hat die Hörten jüngt, dort an das Bieten jüngt, und dort sie dort ankriegen, die Kraft, dort anzunehmen, und dann dort, dort anzunehmen, und mit dort versprechen, sie wollen, vor dem Herrn leben, und dort sie dort auf die Taufe verlangen, dort sie können die Taufe annehmen. Nämlich ist, die nietestamentliche Kirche, oder die Gemeinde, die fangt an mit den Taufers. Wir haben so viel, da wird ja redet von den Pinksten, wie die auffangt von den nietestamentlichen, evangelischen Kirchen, oder Gemeinden, das ist wie wir das sagen, und, wie wir gucken, die fangt mit den Taufers an, dort wird die auffangt, was da passieren, die Taufe von dem Herrn Jesus, die wir bestellen, diese Taufe, was er kommen hat, oder er gedauert wird, was er weilig wird, er auch gedauert, und so wird er im Glauben sein, die erst von dem Herrn Jesus, da anbefohlen, oder die erst von ihm bestellen, die erst, was er soll die Höhle wollen, und die Taufe, wird so wichtig, bei dem Herrn Jesus, dass er selbst, die Taufe, von Johannes, der auffangt, der verlangt, der soll getauft werden, und da wäre er, die Taufe, so wichtig, Jesus hat er bestellt, aber die wird so wichtig, dass er das alles auffangt, und wir wollen hier von der Karte, drei Dinge betrachten, was Jesus hier bestellt hat, das erste ist, ich sage, Gott in aller Welt, und lehrt alle Fälle, dass sie zu der Taufe kommen, dass sie zu der Taufe kommen, da sollen die Menschen weiten, was die Taufe ist, was sie bedienen hat, und was sie anhören hat, Jesus will nicht haben, da bloß nicht dort in der Sermonie ist, da wie dort, und dann gehen wir wieder, nein, er sagt, lehrt dann erst, also, das soll ein Leren sein, das soll ein Verstuhende sein, das soll ein Begriff sein, von dem, was die Taufe in Weitlichkeit bedienen hat, wo das nicht wird, also nicht so, was Jesus da bestellt hat, das soll nicht bloß eine leere Form sein, oder ein leichten Sinn sein, da hat die Taufe ein wirkliches Entzeugnis von dem Glauben an Jesus Christus. Und was wir lesen, da noch von der, wir haben da mehreren Städten, eine besondere Apostelgeschichte, von Menschen, die geteilt wurden, und die wurden alle darauf geteilt, dazu an Jesus Christus geliebt werden. Die kamen an die Moerenland, die geliebt, und dann war wir auch, war wir kicken da nach Knallius, und so, die wurden geliebt, und even Paulus, da war er noch so, als sie kommen da, hat die geliebt an die mehreren Jesus, und dann war es, hat die geliebt. Und so, da war wir Pinks fest, die werden, die geliebt, und da war es, die geliebt. Die Taufe ist ein Geteignis, dass sie ein Geteignis geliebt haben. Da war der Taufe, wenn wir kommen, die sollen mit Jesus bekannt werden, die sollen mit einem bekannt sein, nicht bloß von einem Geheat haben, oder, aber dass sie ein Geteignis geliebt haben, dass sie ein Geteignis geliebt haben, und dass sie die Vergewung von all ihre Sünden haben. Das ist der wichtige Punkt, dass sie das geliebt, wenn die Mensch will selig werden, die muss das geliebt werden, dass Jesus Christus Gott ist sehen, dass sie das Weltalland ist, und dass sie das für die Menschen geliebt haben, und dann kommt er bei der Tür, die Mensch muss das geliebt, für sich persönlich. Dass sie geliebt, dass Jesus da in seiner Stelle geliebt ist, und dass all seine Sünden beteilt sind, und wenn er betont sind, muss er geliebt werden, dass er vergift sind. Wie ich lese in Johannes, geschah ich, gestern Johannes ein, in er sagt, weil wir unsere Sünden bekamen, dass er trühen gereicht, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, aber dann sagt er, dann reinigt er uns von all unseren Tugenden. Dass wir keine reinwohnen, dass wir keine loswohnen, von dort, wie die Sünden, nicht mehr brauchen wir mitnehmen. Und er ist, dass er am Sünden sind, dass er mit ihm verbunden sind, dass er für ihn leben will. Dort ist er, die Taufe, ja, die haben Jesus gekannt, und er verhebt, aber besonders ist, die Taufe ist er, ein besonderer Tag, wo dort für die Welt, für die Gemeinde, für die Menschen bestätigt wird. Dort ist er, wo er gestohlt. Dort ist es, wir wurden ein Beispiel gebrochen, von der Kast. Die Menschen, die werden sich befreien, die Welt, die keine Säge haben, live einatmauern, aber dann kommt die Kast. wo sie dort öppenlich, bestätigen, looten, dort sei dort, aus Morn, und früh, erkannt worden. Und dann, dort sei dann, wieder, top leben daun. Und so soll die Taufe, auch sein, aus uns, aus ein, getecken, dort wie, dort mit dem Herrn, verbunden sind, und dort sei dann, und dann, wieder, von dem Leben, daun. Aber dann, die Taufe, dann, kommt die Taufe. Und diese Taufe, was Jesus bestellen, da, dort wie eine Taufe, im Namen, vom Foda, vom Sein, und von den Helden, geist. Dort wie nicht, bis eine Taufe, wo ab in der Körg, oder ab in Morn, oder ab in Menschen, sondern, diese Taufe, erst im Namen, oder, dort sie dort, dort bekannen, dass Gott ihr Foda ist, Jesus ihr Heiland ist, und dort der Heilige Geist da ist, was sie in ihrem Worten haben, woran leiden, und fieren die. Von Foda, dort sie Gott erkanen, dort heute, anmacht ihr Gott ist, da der Himmel in ihren, und der Meer, und alles gemerkt hat, und sass der, und den siebenden Tag, dann reift er, und heilt er die Tag. Und dort alles, dort alles in seiner Hand ist, und der Wort zu sehr viel, da sind so eine Dinge, die Menschen wollen noch nicht erkennen, dass Gott alles in seiner Hand ist, und mein Leber Tag hier, das Vergnüge, das Baptism kann er das, dort geht er, alles ist in Gott seiner Hand, und dort wo, wo ich will sagen, wo Schriftet in der Welt gewonnen hat, oder wo Schriftet gewonnen hat, dort ist alles in Gott seiner Hand, die Welt ist nicht, bietet seine Kontrolle, das alles in seiner Kontrolle, aber wir waren kicken, oder wir waren kicken, down in der Schrift, das sind jetzt alles Dinge, was, das haben wir gesagt, das sind die Jahr, vorher, die prophezeit haben, die gesagt, was er passiert worden, dort ist alles in seiner Hand, alles in seiner Hand. Und dort wird erkannt, Gott ist der himmlische Vorder, der der Vorder ist von unserem Herrn, und Herrland, Jesu Christus. Gott hat ein Sehen, und dort wie Jesus, und dort ist ihm, aber wir brauchen, um, zu erzählen zu werden, um durch den Glauben, der Gerachtigkeit zu haben, was er uns geben hat. Da werden wir gelesen, da werden wir geracht geworden, sind durch den Glauben, an Jesu Christus, da haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn, Jesus Christus, in der Räume Kapitel 4, Vers 1. Und dann geht er wieder, und dann sage ich, dass sie sich Zeit belohnen, im Namen vom Herrn Jesus, dass er das Heil ist, was das Heil für uns erworben hat, dass er für uns geladen, und gestorben ist. Nicht bloß, dass er dort wäre, ja, wir waren, wir haben geboren, was auch, aber dort wie, dort wie, dort wie, dort wie, die Lehrendeit, weil wir die Evangelien lesen, wo Jesus uns lehrendeit, in unserem Leben, und dort wie, dort wie, dort, wo auch im Kreuz gestorben ist, dort wie, dort, wo wir uns fehlen haben, dort wie nicht, wo wir rumgehen, und entfiebeln, dort wie nicht, wo wir sein, ich kann das nicht weichen, ich kann das nicht weichen, oder, ich hoffe, oder, 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 nee, er hat das vorigem, gemerkt, Jesus sei da, in Johannes, in einigen Verstattung, er sagt, es ist verbracht, dort ist vorig, die Englische sagt, es ist finished, dort, was uns fehlen hat, was mir fehlen hat, was Jün fehlen hat, dort, die, 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 Jesus, dort, hat vorigem, dort, noch nicht, wird fehlen, dass er, und, dort, hier, dort bin, vorerst, er starb, von den Sinnen, zu haben, er wagt, von den Gerechtigkeit, zu haben, dass wir Kinder Gerechtigkeit haben, aber, dann, vierte, die, die, dann, von den Himmel, und, nun ist er, da, wie Gott sind, er achterhauen, und da, das vertreten, all die, wort an den Gelben, an die Christen, die, die, da, da, vertreten, und wir weten, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind Menschen, wir sind Menschen, wir sind uns all, aber, Jesus ist da, da, die, 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 an die, die, vertreten, und dann, vor Ort, zu sein, für die, sind, was da, die, doanen, sind, gestorben, das betonen, dass wir, dass wir, in seine Nomen, dass wir, an die, hier in den, in den, und wieder, dass wir, ein Teil haben, an, sein Leben, an seine Gemeinde, wenn ihr dapp geworden, wo ihr abgenommen worden, aus Breida, und Sessen, im Herden, so, dass wir, das ist, der nächste Punkt. Aber dann, sagt er uns, wieder, dass die, dass wir, die, die, in den Namen, von vorderen, vom Sehen, dann von den, helligen Geisten. Der, hellige Geist, viele Religionen, weiß ja nicht, was sie mit denen, sollen, tun. Aber, die, Geist, ist Gott, und, wir, brocken den, wir lesen, ein, feierverstand, wo er, sagen, denn, dass wir nicht, helden Geist, betrieben, sollen, sondern dort wie dann durch dem sei wir versiegelt oder sicher je mehr auf den Tag von unserer Leitung, dort wie die Versicherung haben, das ist verantwortlich. Die Taufe ist ein Tierchen, das wir mit dem Vorder, mit dem Sehen und mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Das ist ein Besonderes, dass nicht die vorherigen Glaubensstunden aber die Tau, die von dir hier öffentlich bestätigen für die Gemeinde, für die Bekannte und für die Herrn, dass die dort mit dem Vordersehen in Heiligen Geist verbunden sind. Aber dann noch ein Poort, was wir haben, was uns in Befehl der Gevendheit ist, dort leert und alles, was er in Verstand haben. Als er nun meint, dort auch wieder zu lernen, so wie ich sah in den von der Kast, da ist nicht bloß den Tag, aber dann auch wieder Tau und live zu leben, am Leben wieder zu gehen. Und so hat er auch hier vergnügt, als Glaubensstunden, wo wir nicht durch stunden bleiben, sondern wo wir wachsen und taue nehmen da. Die Taufe ist ein tegen von ein neues Leben und das verbringen von dem was vorher passiert ist und nun das öppenlich bestätigt wird. Das ist ein Taubleven mit dem Herrn und auch mit dem Herrn Tau nehmen. Krasse ist ein Kind geboren, dann hat die Familie die anderen handelt und dann ob und dann wird das gefliegt und dann wird das auch wachsen tun nehmen. Das war nicht ist ein Jahr älter, so die Meier anfangen an zu gehen und noch wieder anfangen an zu reden und so es hat es nicht tun und zu entwickeln. Und so soll es auch mit ans und die water dem hand ist an hier und down. Die Meier wie dem Herrn Tau nehmen und die meier was ist an to an bar. Er facht ein schmau fallen wo ist der her oder wo was er so aber je meier die war mit dem Herrn to down haben. Je meier was to you auch an bar. Das je war und her sagen das ist aber wunderbar. Wie haben so viel wie die meier die meier wird geben. Ich mochte am morgen das in Gouden Stad gemerkt haben und wie sie in Tau nehmen mochten. Ich mochte jemand sagen ich wüsste vielleicht nicht wenn ich rede von dein was all eu gedeiht sein und in so ne wüsste nicht was ich teiht oder bei de to für mich war nicht tätlich ich werde gedeiht bis andere gedeiht werden ins wieder was mag ich dann tun mein lieber to her wenn du in so ne stand dann ist dort die du zu dem herren reden ist und dann dort ein ohrding merken dort wo du dann hat mühl bespreken das was du nicht verstoßen koß aber dort in ohrding merken und dann wird die herr geist das an ihm du bruchst sie nicht noch einmal teip looten sondern du koß dort mit dem herren an ohrding merken und du wirst den seien von am erfuhren du bruchst nicht noch einmal gedeiht bohren aber du koß mit Gott kommen und abrichtig merken und hei wot sie ihnen seien geben auch die her geben amen wenn wir noch beten uns graute Gott und lebe himmel schau vor dass wir kommen an dem morgen stund wir wollen die loben und preisenden danken für die graute leid was du an hast vor du hast und die tofe ge dass wir die können unger haulen aus und teken dass wir die angehören down und vor wir werden jephans dass wir das auch nu möchten nicht bloß dass wir die sind aber dann auch da leben als die angehören wir werden besonders für die die tofe willkommen kommen dass ich da mochte an bestohen und in den sein auch angeven auch besonders auch die in Deine dass ich kann das woord verkennen so es für die je ist so wir beden für die wird die treibend sind und schwere tiden sind dass wir anmachst bestohen vor wir beden in Jesus in Namen Amen